Sarafina Wollny, Deutsche Krankenkasse sollte kein Luxus zahlen.ob diese Rechnung aufgeht? Sarafina Wollny möchte eine Privatrechnung im Wert von mehreren tausend Euro bei der Krankenkasse einreichen. Doch das ist noch nicht alles Ausrufezeichen.Sei die Geburt ihrer Tochter Hope Angel Silvia Wollny zuletzt das ganz große Thema in der RTL 2 Sendung die Wollnys, eine schrecklich große Familie war, obwohl das Ereignis bereits am 23. Juli 2023 stattfand und somit vier Monate zurückliegt, hat Sarafina Wollny nun auf Instagram eine Reihe von Fehnfragen zur Entbindung ihrer Tochter beantwortet. Die Wollnys, Kostenübernahme durch die Deutsche Krankenkasse bei geplante Entbindung im Ausland, geht das? Besonders sticht ihre Antwort auf die Frage, habt ihr die Geburt selbst zahlen müssen? heraus. Immerhin entbann Sarafina nicht in Deutschland, sondern in der Türkei, und das nicht zufällig, sondern bewusst so gewählt. Wir haben im Vorfeld mit der Krankenkasse gesprochen. Die Rechnungen sind eingereicht und mal schauen, ob sie es übernehmen. Zugesagt wurde es, erklärt die dreifache Mutter Punkt für die Geburt, den Krankenhausaufenthalt, Peters Anwesenheit, Medikamente, Nachbehandlung, vier Kontrolltermine ihrer Kaiserschnittwunde bzw. Nabe und die U2 des Kindes fiel zusammengerechnet, zumindest laut Sarafina, eine Gesamtsumme von 1. 500 Euro an. Das soll nun die Deutsche Kasse übernehmen. Wo und wie sie versichert ist, verrät Sarafina Wollny dabei nicht. Punkt. Sarafina Wollnys Entbindung von Babyhub war keine Notgeburt, sondern geplant. Fans wundern sich nun ein wenig, denn bei vielen gesetzlichen Krankenkassen werden die Kosten für eine Entbindung im Ausland nur dann übernommen, wenn es während eines Auslandaufenthalts zu einer Notgeburt kommt, da dies in der Grundversicherung als medizinischer Notfall gilt. Im Falle der Wollnys war der Grund für die Entbindung im Ausland allerdings nicht, dass die rechtzeitige Heimreise nicht mehr möglich war. Da die Türkei kein EU-Land ist, wird die Sache noch komplizierter, auch für Privatpatientinnen. Ob Sarafina Wollny Plan aufgeht, sich ihre Behandlung nun von deutschen Beitragsgeldern zahlen zu lassen, bleibt abzuwarten. Peter Wollny erklärt, ich und Sarafina hätten Unterstützung.In einer Folge von die Wollnys, eine schrecklich große Familie, vier. Oktober, war Sarafina Wollny nach wie vor schwanger, denn die Dreharbeiten liegen bekanntermaßen bereits einige Monate zurück. Zusammen mit ihrem Mann Peter Wollny spricht sie in der Episode offen darüber, weshalb sie und ihr Liebster sich für eine Geburt in der Türkei entschieden haben, ich würde es schon gerne hier machen, weil guck mal, im Sommer sind alle hier in der Türkei. Und wir wären mit den Jungs dann in Deutschland ab Ende Mai, so die 28-Jährige. Weiter erklärt sie. Dass wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, das Baby hier in der Türkei zu bekommen, war einfach, dass das Baby in den Sommerferien zur Welt kommt und die Familie über die Sommerzeit in der Türkei ist. Die Zwillinge fühlen sich hier budelwohl, es wäre in Deutschland für die Jungs kein Sommer, ich lege Hochschwanger auf der Couch, der Peter baut denen ein Planschbecken auf der Dachterrasse auf oder man geht mal spazieren, aber hier habe wir alle um uns und ich fühle mich mit dem Gedankenwohle, zu wissen, dass ich die anderen bei mir habe. Erklärt Sarah Fiener ihre Beweggründe. Auch Peter meint, die Jungs fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl und wenn es zur Entbindung geht, hätte ich Unterstützung und Sarah Fiener hätte Unterstützung, weil die ganze Familie da ist. Außerdem fühle sich Sylvia Wollnis auch sehr gut aufgehoben, der Arzt ist top, so die 28-Jährige. Auf eine Hebamme hatte sie ohnehin bewusst verzichtet, denn den Posten könne in ihren Augen niemand besser ausführen, als Mama Sylvia Wollny, 58.